Pascal ist seit einer Woche Kindergärtner hier in Huttwil und das erste Mal mit den Kindern auf einem Waldspaziergang. Dass er etwas überfordert war mit all diesen Bedürfnissen, hat er sich nicht angesehen. Und dass der Fisch-Bächli-Wald einer der grösseren Wälder im Mittelland ist, hat er nicht gewusst. Morgen geht es noch wieder, ich komme wieder. Wo es dem Spaziergang dann doch eine längere Wanderung geworden ist, hat Pascal mit diesen hungrigen Kindern auch nicht mehr weiter gewusst. Aber bei Coop gibt es bei über 40'000 Produkten für Nino ein laktosefreier Schocydrink, für Lara ein glutenfreies Brötchen und Pascal konnte alle bei Laune behalten. Coop – für mich und dich. Und Pascal, Ben, Clara, Nino und für seine Mutter.